Wir sind keine Bots, wir sind keine Bots, wir sind keine Bots, wir sind keine Bots Ey! Sebastian, was geht? Fab, was ist heute? Äh, Artikel 13 Demo oder Artikel 17? Ich glaube Artikel 13, aber umgesamten Artikel 17 Ja, richtig Wow, richtig geil Halt mal ein paar Karten Das ist größer als ich Ja, das ist alles größer als du Wow Ist das unsere? Müssen wir da rein? Leider ja Cool, da muss ich meine... Da muss ich mich beeilen Oh, da ist noch einer mit Artikel 13 drin, ich hab's ja klar gesehen Ja, ja, ja Jawohl Ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen Ich hab ihn gesehen Ich hab ihn gesehen, dass Artikel 13 durchgestricht einfach wegfliegt, wie so fristisch Das hat er gar nichts mehr Das ist die CDU Wie traut ihr sich hierher bei einer Demonstration gegen Artikel 13? Die? Wie? Jetzt war ehrlich Ich mein, what the fuck? Guck dir, wenn alles weint, nur einer lasst, dann hat's die CDU gemacht Ich hab noch nie so einen kleinen Spruch erlebt Das ist absolut was Warte Ich hab Angst Ich hab Angst Dein Maasch Das funktioniert nicht Oh, 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 oh What? Das funktioniert nicht Das ist halt einfach Danke fürs halten Danke Hast du Angst zu schreckeln? Ich verstehe das halt einfach nicht Das ist so verwirrend Zweite, zwei, drei Zweite, zwei Kannst du mir irgendeinen Stift machen? Ah ja. Warte, warte, warte. Boah, was ein Zufall. Hat der jetzt mal einen Stift in seiner Hosentasche? Ja, ne, in der Erdentasche. Sag mal irgendwie Stopp. Gleich sind die Karten. Stopp. Stopp. Okay. Schau mal, ich hab hier einen Stift dabei. Oh, was ein Zufall. Ja, unterschreib mal ganz groß, schreib mal deinen Namen auf deine Karte. Puh, Linkshänder. Linkshänder? Links. Du stinkst. Oder so, toller Name. Warte, ich lege dann deine Karte hier. Die lege ich einfach mal hier hin, okay? Gut drauf aufpassen und am besten nicht wegkriegen. Sag du auch mal irgendwo Stopp. Ich. Ja, du. Stopp. Hier an der Stelle? Ja. Dann ist das hier deine Karte, okay? Okay. Oder schreibst du mal? Stift. Ich bin Kenningshänder, muss aber mit links unterschreiben. Ja, ist egal. Oder mal ein Smiley. Mal. Schreibst du mal. Ja, perfekt. Okay. Warte, warte. Nichts passiert. Ähm. Ahhhh. Eventuell ist aber auf der Karte eine Unterschrift und deine Unterschrift. Das ist eine Karte, ihr könnt gerne untersuchen. Und jetzt dürft ihr euch auch gerne verhalten, dürft ihr euch zu Hause ganz genau anschauen. Das ist eine Karte. Ja. 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 Die Polizei hat schon abgesperrt, die denken sich auch gerade so, what the fuck, warum, ich will doch nur zu Heim oder so, ich will einkaufen und dann kommen so laufende, klicke 2000 Verrückte, das ist schon geil, und dann fällt nur ein Zerbrücken. Das ist halt schon geil. 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 Liebe Anwesenden, toll, dass ihr, obwohl ihr seit Solo den elterlichen Keller nicht mehr verlassen habt, endlich hier seid. Ich darf euch kurz vorstellen, mein Name ist Katharina Dregler und ich bin die Vorsitzende der Partei Die Partei Saar. Wir stehen heute hier, weil einige Kräfte im EU-Parlament, allen voran verfickte CDU-CSU, das Internet in Europa kaputt machen wollen. Uwe Konrad von der CDU. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit aufhört. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit aufhört. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit aufhört.